Servus Leute und willkommen zu einem neuen Marktupdate auf dem Finanzwege-Kanal. Mein Name ist Liam und ich werde mit euch wie immer heute die wichtigsten News des Tages besprechen. Und ja, dann fangen wir erstmal an, darauf einzugehen, was gestern passiert ist auf den Märkten. Und zwar einmal beim Dow Jones sieht man natürlich, dass es gestern eine nicht zu starke Korrektur ist. Es gab nur einen kleinen Wig nach unten, aber trotzdem gar keine Korrektur. Im Gegensatz zu Deutschland, wo halt die Angst aufkam mit dem neuen mutierten Coronavirus. Und die USA, die haben ganz klar gesagt, das ist ein europäisches Problem. Aber das ist natürlich dumm zu sagen, denn es ist halt kein europäisches Problem. Beziehungsweise es kann halt schnell zum weltweiten Problem werden, wenn gerade dort bei dieser neuen Mutation des Virus die Ansteckungsgefahr so hoch ist. Ja, deshalb sieht man hier beim amerikanischen Index nicht eine sonderlich große Auswirkung vom gestrigen Tag. Und der Index konnte gestern auch mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent schließen. Beim DAX sah das etwas anders aus. Man hat ja hier, ich habe schon vor zwei Tagen, glaube ich, drüber geredet oder letzte Woche, ob man jetzt hier oben mal das All-Time-High antesten kann. Und genau das ist auch passiert. Man ist hier fast einmal auf All-Time-High kurz gewesen und danach wieder stark abgeprallt. Das lag aber dann natürlich an der realen Wirtschaft, beziehungsweise an den neuen News zu dem mutierten Corona-Impfstoff. Dazu kann man jetzt natürlich auch sagen, dass es heute wieder etwas besser aussieht mit fast einem Prozent im Plus, weil BioNTech zum Beispiel gesagt hat, dass sie ihren Impfstoff auf über zehn Mutationen des Virus getestet haben. Und sie sagen, dass der Virus, also dass die neue Mutation des Virus auch durch ihren Impfstoff bekämpft werden kann. Was natürlich hier an dem deutschen Parkett wieder für Aufwind sorgt, kann man auf jeden Fall sagen. Ja, was noch natürlich wichtig ist, ist, dass wir uns momentan im zweiten Lockdown befinden. Das ist natürlich auch nicht ganz positiv auf die deutschen Märkte jetzt. Aber da haben wir noch nicht größere Auswirkungen gesehen. Wie gesagt, das Einzige, was es da gestern gab an diesem, ja, ich sag mal heftigen Crash-Day, kann man sagen, dass es wieder Angst gab um halt Corona, weil es gerade wieder so gut aussah in Bezug auf die Impfstoffe und sowas. Und wenn jetzt nochmal eine neue Mutation des Virus kommen würde, gegen die die vorhandenen Impfstoffe nicht helfen, dann wäre es natürlich wieder ziemlich schlecht, kann man sagen. Ja, dann kommen wir auch direkt nochmal zu anderen News und zwar hier einmal zu Apple. Und zwar hat Apple hier, sieht man schon, gestern ein Plus von 1,2% hingelegt und hier vor Börsenöffnung schon plus 2% gemacht. Ich glaube, auf Cetra sieht das nochmal etwas anders aus. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich heftig und das liegt daran, dass Apple angekündigt hat, beziehungsweise zumindest ist es durch Insider rausgekommen, dass Apple, ich glaube, im Jahr 2022 ein Auto rausbringen möchte. Vielleicht ist es auch erst im Jahr 2024, zumindest in der Zukunft, wollen sie ein selbstfahrendes Auto rausbringen. Was anscheinend noch eine revolutionierte Batterietechnologie hat. Und das finde ich doch ziemlich interessant, weil die Insider haben gesagt, es ist so, als wo man das erste Mal ein iPhone gesehen hat. Und dazu muss man natürlich schon sagen, das erste iPhone war ja schon quasi revolutionär in der Handy-Technologie und auch in der Handy-Branche. Und Apple hat sich ja da quasi direkt mit diesem Handy im Markt positioniert, auf einer sehr, sehr starken Position, die es auch nicht mehr verlassen hat. Man sieht hier natürlich auch Apple, eine der erfolgreichsten Firmen, beziehungsweise hier von der Marktkapitalisierung her unglaublich groß. Und das liegt natürlich auch daran, dass die iPhones ab Anfang an super angekommen sind. Und ja, wir wissen nicht, wie Apple in der Automobil-Technologie ist, aber man kann natürlich sagen, dass Apple mit dem ganzen IoT, also mit dem Internet of Things bei Apple, mit dem ganzen Plattform-Netzwerk quasi, das ziemlich gut genutzt werden kann, in Kombination mit mehreren Artikeln, das auch auf Autos ausbauen könnte. Und dahingehend könnte das Auto natürlich ein recht großer Erfolg werden. Außerdem weiß man ja nicht, vielleicht forscht Apple ja wirklich schon länger an der Batterietechnologie und kann dann ein wirklich gutes und effizientes Elektroauto zaubern. Das steht natürlich noch in den Sternen und wir müssen jetzt mal abwarten, was da auf uns zukommt und nochmal genauer abwarten, ob da jetzt nochmal stärkere News kommen, vielleicht genauere technische Details zu dem Auto. Ja, dann kommen wir nochmal zu einer News zu Hornbach und zwar hat auch Hornbach heute schon ordentlich einen Kurs zugelegt. Man sieht hier plus 7,6% und das war noch gar nicht alles. Wir konnten hier heute schon ein Plus von ja über fast genau 10% verzeichnen, was schon ziemlich heftig ist. Und das liegt daran, dass jetzt durch den erneuten Lockdown viele Leute dazu oder wieder so ein kleiner Hype aufgekommen ist auf dieses Heimwerken. Und zwar bauen viele Leute sich zu Hause Sachen, weil man hat natürlich gar nichts zu tun und ist jetzt vermehrt zu Hause und dort bemerkt man vielleicht manche Mängel oder Sachen, die man lange mal austauschen wollte. Und jetzt hat man die Zeit dazu und kann sich natürlich um solche heimwerkerischen Baumaßnahmen kümmern. Auch der Finn baut zum Beispiel gerade sich ein neues Büro bei sich zu Hause und das ist doch ziemlich cool, wo wir auch ungefähr dann oder wo er auch jeden Tag dann im Hornbach ist. Und ja, lustig finde ich, muss ich ehrlich sagen, auch da ich das gerade selbst mitbekomme halt, weil wir auch vermehrt alle etwas zu Hause werkeln an unseren Büros und an unseren Aufnahmesetups. Und dass das wirklich so viele Leute machen, hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber man muss ja schon wirklich sagen, dass es hier geradezu ein Trend ist. Hornbach ist hier aus der Corona-Krise auch sehr gut recovered, muss man sagen, befindet sich schon über dem Level, also eigentlich schon überdurchschnittlich gut. Und ist hier momentan auch auf einem guten Weg in Richtung hier der 100-Euro-Linie. Und ja, ich finde, das muss man sagen, ist echt interessant, dass halt viele Leute so momentan darauf kommen, zu Hause Sachen zu ändern oder Sachen umzugestalten und Hornbach davon profitiert. Ja, das war es auch schon mit den wichtigsten News des Tages. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da. Ansonsten sehen wir uns zu einem neuen Marktupdate oder zu einer Aktienanalyse diese Woche. Bis dann. Ciao.